Hallo und herzlich willkommen zu dieser Special 100. Folge unseres Space Astronomy Projektes vom lieben Speaking Weapon. Moin Leute, seid herzlich willkommen. Und mir, dem Commander. Heute mal filmen wir mal ein bisschen beide zusammen. Man sieht's, Blood Moon is rising. Ich hab hier noch Kiste vorbereitet. Schnapp dir mal eine Seite. Nimm mal die linke Seite. Ja, du hast jetzt nur ein paar Steaks mehr genommen, ne? Wie lachst du? Ich hab jetzt 39. Oder 15? Dann stimmt da was nicht. Ich pack mal nochmal rein. Wir beide haben den Iron Broadsword von Tinker's Construct. Das ist unsere einzigste Waffe. Damit wir nicht verhungern, haben wir auch noch ein bisschen Steak mitgenommen. Also ich würde sagen, raus. Ja. Mach die Tür zu. Lass mal ein Stück. Ja, ich flieg. Ich geh mal in die Richtung hier. Und so. Dup, 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 dup. So, Ziel. Das sind jetzt... Okay, da sind jetzt... Ich hab den Home-Punkt gerade nicht. Seh ich gerade mal. Da. Warte. Ich setz mich nochmal schnell. Wow. Wow. Ufa, 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 ufa. Ja, warte. Ich muss doch schnell. New, save. Ist mir jetzt egal, welche Farbe. Das ist ein gelber Punkt. Und äh... So. Und ab geht's ans Überleben. Äh, mit fliegen oder ohne? Ohne. 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 Ohne fliegen. Ich hab jetzt nur einmal fliegen genutzt, um rauszukommen aus der Ecke. Ohne. Nein, nicht fliegen. Ich darf nicht fliegen. Ich hab immer da die Angewohnheit vom Doppelten... Oh. Oh. Oh Gott. Oh, Mann, Mann, Mann. Hilfe, hier geht's richtig rund. Ich bin nur noch am Klicken. Klicken, klicken, klicken. Ich hab von allen Seiten. Creeper explodiert bitte. Dankeschön. Leute, ihr müsst doch noch wissen, wir sind hier komplett ohne Rüstung. Also... Ja. Oh, shit. Nein. 1-0 für dich. Und ja. Ah. Meine Sachen liegen jetzt da hinten. Jetzt wird's richtig schwer, mir meine Sachen wiederzuholen. Aber eine kleine Änderung ist hier. Wahrscheinlich habt ihr es auch gesehen. Denn unsere Herzen sind auch noch ein bisschen andersfarbig. Und zwar hab ich zwischen den Folgen ein bisschen den Iron Golem ausgeheutet. Dieser Eisen Golem bringt uns ganze 10 Herzen dazu. Ja, das find ich schön, dass du das jetzt hast. Ich nicht mehr, weil ich bin jetzt einmal gestorben. Und schon wieder. Äh, du kommst, du kommst nicht mehr raus. Vergiss es. Also ohne Waffe. Ich hab verloren. Ich bin raus. Das war die schnellste Folge, die ich, glaub ich, gemacht hab. Okay, äh. Ach, komm. Spitzend, wenn man einfach mal anfängt zu fliegen. Gut, ich werd dann einfach mal ein bisschen weiter hier machen. Gucken, wie lange ich hier überlebe. Überlebe. Oh, ich seh hier einen Enderman, der einen Hexenhut trägt. Und sich, glaub ich, gerade mit unserer... Oh, oh, oh. Ich versuch mich mal hier mit der Hand ein bisschen durchzuprügeln. Oh Gott, halbes Leben. Ich kam gar nicht dazu. Ich hatte überall Spinnen und Zombies und Creeper. Und ich bin jetzt gerade noch im Sicherheitsbereich, weil ich ja hier oben bei unserer Basisverteidigung bin. Die jetzt hier auf alles Mögliche schießt, was mich gerade angreift. Nee, ich geh wieder rein. Nein, bin auch tot. Oh. Alter, das ist heftig. Wo kommst du denn jetzt raus? Wo bist du... Ah, da bist du. Da bist du. Du überlebst nicht. Also der Blood Moon, der ist wirklich heftig. Also ich hab meinen Todespunkt irgendwo da hinten. Ich muss mal eben gerade was gucken. Die Tür ist zu, okay. Die Tür ist zu, die Tür ist zu, die Tür ist zu. Wollen wir in die zweite Runde gehen? Zweite Runde? Cut setzen, alles vorbereiten. Nur dann diesmal mit Rüstung. Mit Rüstung. Ja, dann lass uns das machen. Würde ich sagen. Wir haben jetzt gerade mal fünf Minuten. Ja. Und dann, ja, ich werde hier gerade schon angeschrieben wieder. Ach, okay. Gut, Leute. Wir machen mal einen ganz kurzen Cut hier. Bereiten alles vor. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, Leute. Da sind wir jetzt wieder. Haben uns mal ein bisschen angezogen wieder. Mhm. Und haben alles wieder geholt. Und wären jetzt eigentlich bereit für die nächste Runde. Ja, dann würde ich mal sagen, wir stellen das Ganze mal wieder auf Blood Moon ein hier. Äh, gibst du mir mal bitte kurz die Info der aktuellen Zeit und, äh, ich machen. Äh, warte. Äh, mal ganz kurz was wegbringen. So, Blood Moon ist scharf geschaltet. Äh, okay, lass mal ein Stück mal fliegen. Ja, ich bin noch gerade in der Konsole drin. So, so. Äh, F1, dann, ja, okay, wir könnten jetzt eigentlich fliegen. Ich brauche gar nicht die Uhrzeit editieren. Äh, hier sehe ich gerade noch Kohle. Also, wenn wir nachher Kohle brauchen, äh, hier ist sie direkt in der Oberfläche. So, ich habe mich mal hier hinten in mein Gebiet zurückgezogen. Bitte? Ich bin jetzt knappe 200 Meter, nicht ganz, von zu Hause entfernt. Okay, war 100. Äh, ich bin 200. Ich bin jetzt eben weggeflogen. Ja, ihr seht, die Sonne geht unter. Ähm, für die Leute, die Random Things auch, oder die in dem Moment, äh, Space Astronomy auch spielen und wissen wollen, wie sie einen Blood Moon machen, und ganz einfach, es gibt ein Kommando über die, äh, über den Wort Random Things. Ähm, RT Blood Moon nennt sich das Kommando. Oder, und müsstet ihr eingeben. Und dann wäre es dementsprechend so, dass es scharf geschaltet ist. Ähm, ansonsten habt ihr nur eine Möglichkeit von, was sagtest du, 5 Prozent? 5 Prozent, dass es erscheint, genau. Ja, okay. Das ist natürlich dann etwas anderes. So, 6 Uhr ist die Auslösezeit. Das heißt, ähm, in knapp 20 Sekunden ist es soweit, äh, nach Videodauer, dass er den Blood Moon freischaltet. Dann kriegen wir auch wieder unser, unser Befehl unten, oder unser, unseren Text unten, Blood Moon is Rising. Und dann fangen wir uns da an, hier zu spawnen, und dann wird's lustig. Und da kommt das Kommando. Ja, jetzt ist's lustig. Und ich... Ah, okay. Jetzt mal schaffen wir's. Das ist nicht mehr eine Schlucht. Würde ich mir vielleicht merken. Okay, da sind schon mal die ersten Gegner. Ja, bei dir auch, bei mir auch. Aber die sind auch sehr weit weg. In dem Moment. Ich hab jetzt keine Lust eigentlich da hinzugehen. Das ist so schlimm. Sobald man einmal Hunger hat, hat man kaum eine Chance, das zu essen. Also, ein bisschen was zu essen. Ja, ich bin die ganze Zeit hier schon am rumlaufen wieder. Ich auch. Da ist er. Der Blood Moon. Da ist er. Aber das ist ja schon der. Screen. Schön. Ah, Blood Moon. So. Dazu bin ich jetzt gerade mal ein bisschen hochgegangen. und musste ein kleines Momentchen fliegen. Aber ich bin auf der Stelle geblieben. Okay. So, Zombie. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Oh, Mama. Mama, Mama. Man kann die Challenge um einiges erschweren. Oh. Oh. Ah. Hahaha. Ich hab'n Spinnreiter hier. Ich hab' hier Zombies. Zombies und Endermänner. Das Problem ist, ich hau' die Zombies und guck' da bei'n Enderman an. Jetzt hab' ich einen Enderman auch noch, der sauer ist. Zumindest knurrt hier irgendeiner. Oh, wow. 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 Okay, wasser ganz schlecht. Ganz schlechte Idee. Was? What? Ja, Slain by Enderman. Was hab' ich gesagt? Yes. Ich hab' wieder'n Enderman an der Buckenkleben gehabt. Ich zieh' die an wie'n Magnet. Ich merk's. 2-0 für dich. Ach. Mann. Ich hab's doch gesagt. Siehste, ich kann sowas nicht. Solche Battles liegen mir nicht. Einfach direkt hier so in Minecraft gegen Zombies und Endermänner anzukommen. Ich bin hier wirklich der Computerfreak, der Bauer in dem Moment. Und das ist mein Teil, das ich so bei Minecraft kann. Ahaha. Okay, bei uns sieht das soweit noch gut aus. Wow. Oh nein. Nein. Ich bin nach Sackgasse. Ahahaha. Bin durchgekommen. Entschuldigt, Leute. Ich bin im Haus. Ich bin im Haus. Wenn nichts mehr machen. Wow. Okay, das war ein Rock. Ich muss irgendwie regenerieren. Das ist ein Angel Head. Spider. Wow. Zweig, Pieper. Okay, soweit, so gut. Habe ich das jetzt eigentlich blende gesagt? Wie man Challenge erschweren kann? Nein. Und zwar kann man so machen, dass man bei Blood Moon nachzählt, wer wie viele Kills gemacht hat. Also wie viele Monster gekillt hat. Aber da sollte man am besten schon bessere Waffen nehmen. Weil mit so einem einfachen Eisenschwert ist das eigentlich nicht möglich, langfristiger Zeit zu überleben. Ja, das stimmt schon durchaus. Ah. Okay. Wie ist das ein Creeper? Schön. Ich hätte es mir jetzt auch einfach machen können, ne? Ja. Ich hätte mich einbauen können, bevor der Blood Moon anfängt. Oh, mein Meister schreckt das ist dann so kaputt. Ich hätte mich nur irgendwo in den Boden einbauen müssen und so ein Loch freilassen, wo man gerade so durchschlagen kann. Äh, diesen Stück musst du mal kurz rausschneiden. Video. Ja, bei mir hängt es gerade so. Weil meine Mutter ist so ein bisschen geerhofft gerade gekommen. Und wir begrüßen uns meistens immer. Mhm. Ich muss hier gerade antworten. Okay. Ja. Hier habe ich meine schönen... Ich gehe einmal so gerade durchs Haus und gucke mir nochmal das Haus an. Ach. Mit der neuen Konfiguration, die ich drin habe. Aber irgendwie, warum auch immer, sind noch immer bestimmte Blöcke für mich unsichtbar. Beziehungsweise machen alles unsichtbar. Also ich würde sagen, wir ändern diese Blöcke wahrscheinlich... Ähm... Okay, Moment. Die Wand ist doch dieselbe geschüsselte wie die an der Decke, ne? Äh, ja. Nur ein anderes Muster. Oh, shit. Ich mach mal eins jetzt. Nein, das wird mein Ende sein. Ja? Oh nein, 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 nein. Tut so. Ja. Oh. Mein Leben. Alles Leben. Das ist mein Ende. Ich bin im Wasser gefangen, in einem Graben und zingelt... Ja. Das war's. David, bist du dann auch wieder zurück. Richtig. So. Leute, das war's. Ich würde mal sagen, das war's mit der Challenge. Ja. Die Zeit ist auch schon ordentlich vergangen. Ja. Wir haben jetzt 13 Minuten voll. So um den Dreh rum. Ja. Und Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Challenge gefallen. Und... Uns hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Auch wenn ich die meiste Zeit hier im Haus rumgestanden hab, weil ich schneller tot war als du. Ja. Auf jeden Fall bei beiden einmal auschecken und die Gesicht von den anderen jedenfalls zu sehen. Genau. Und dann könnt ihr gucken, was das... Wie schnell wir da gestorben sind. Richtig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part einschalten würdet. Wenn's wieder ruhiger wird. Hier bei Spaces for Anemies. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.